Sascha war mein Schüler. Richtig. Deutschleistungskurs ein Jahr über ihn. Er war ein schlechter Schüler. Ich nehme an, Sie erwarten, dass ich Fragen haben kann. Nein, ich habe keine Fragen. Wollen Sie keine Notizen machen? Viel besser, so nicht wahr? Wir wollen doch hier einen Krieg gewinnen, nicht wahr? Niemand beginnt einen Krieg, den er nicht gewinnen will, aber dazu braucht man Wagen. Eingeordnet sein in ein Erhabenes. Das ist gewissermaßen das Bekenntnis des Sturm und Drang. Mein Schriftstifter sei Nachsommer. Nennen Sie uns einige typische Vertreter des Scheldenromans. Doch ich bin vorbereitet. Ich bin verdammt nochmal auf alle Fragen dieser Welt in Deutsch vorbereitet, weil ich der einmal beste Deutschlehrer bin, den diese Schule-Idee hatte. Wenn man bedenkt, dass wir heute die Exeguen hier der Grätschens Mutter durchstehen müssen, na ja, die bekommen Sie dann Montag aus dem Tisch. Oder könnten Sie so ganz allgemein für eine bessere Welt? Eine neue Schule? Sie glauben ja nicht, wie viel Kraft so eine einfache Wahrheit gibt. So endet Klamms letzte Stunde.